ja ich habe nicht gesagt das ist die letzte plattform und schnell speichern und schnell speichern jetzt hier ich habe gesagt wir schaffen es dauert halt ein bisschen aber wir schaffen und da waren leben nein aber energie ja naja gut das kommen wir jetzt für schmerzen wir haben es geschafft man sucht ihr doch echt eine freundin also das finde ich jetzt ein bisschen ultra fies jetzt hier noch die pinguine zu schicken jetzt heißt es durch das wäre natürlich jetzt lustig gewesen wenn ich jetzt noch im letzten meter gestorben wäre wenn wir nicht zum lachen zumute gewesen aber sehr lustig gewesen doch bestimmt wir haben es geschafft wir haben den vorletzten gegner ausgeschaltet den bossen es kommt gleich nur noch feiern was bestimmt kein spaziergang wird das weiß ich jetzt schon es wird kein spaziergang wir haben 11 uhr 4 das ist echt da wir sollten vielleicht mal speichern ja 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 so ist wieder komplett bleibt hier auch noch nie gewesen fireman alles absolut neu hier das ist nicht gut oh da müssen wir jetzt durch aber wir haben Energie gekriegt das ist doch schon mal schön leben oder so was soll das der jetzt hier ist ich habe nach dem oder ist nichts weiter die viele schießen deswegen nur über die vier jetzt und geht einfach mal weiter Mit Erdgas wäre man geheizt Nein, wir wollen das jetzt nicht drauf anlegen Wir benutzen lieber mal die Plattform Gehen mal außen rum Es ist, ich denke mal, weitaus schlauer Als jetzt zu versuchen Da jetzt in die Unbeskomitee ist da Ah, fuck it Na ja Wenigstens weiß ich jetzt nicht mehr auf die Flamme Viecher schießen kann Irgendwann zwar nicht viel, aber Und mein Magen, der knurrt Das hätte ich gar nicht lustig Aber überhaupt nicht Wir haben es geschafft Oder auch nicht Doch, wir haben es geschafft Wir sind bei Ich will jetzt nicht auf den letzten Meter noch Manu trifft auch mal Ich will hier nicht auf den letzten Meter noch drauf gehen Ich denke, das wollt ihr auch nicht Wir haben nur Leben und nur noch zwei Energiestriche Werden also auf jeden Fall drauf gehen Da besteht auch gar kein Zweifel Aber wir versuchen es Trotz all sehen Werden wir es versuchen Ja, wir werden es versuchen Wir haben es versucht Es hat nicht funktioniert Also müssen wir jetzt alles nochmal von vorn machen Bis zum nächsten Mal �iff Von Vor Von 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 Ah, ja, grandiosa, grandiosa, famosa. Ah, ja, grandiosa, 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 grandiosa. Ah, ja, grandiosa, 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 grandiosa. Ah, ja, grandiosa, grandiosa, grandiosa. Ah, ja, 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 grandiosa. Das ist nicht aufzugeben, ne? Das ist nicht aufzugeben. So, Dr. Wiley. Ich freue mich ja immer, dass ich Leute begeistern kann. Aber auch schön zu sehen, dass der Chat mal funktioniert. Äh, grandiosa. Wunderbar. Wunderbar. Spiel speichern. Und rock, hier kann man nicht cheaten. Hier kann man nicht cheaten. Meine Herren. Da drauf schicken wir jetzt erstmal ein großes Abend nach oben. Ja, ich, ich weiß, ich, ich weiß schon worauf du hinaus willst. Ich weiß schon worauf du hinaus willst. Aber das ist nun mal, ist nun mal jetzt mein Ding. Ganz einfach. Irgendwann werde ich mich auch an ein anderes, neueres Spiel setzen. Vor allem kommt ja jetzt demnächst dann auch, oder das heißt, ne, Metal Gear Solid Phantom Pain ist ja schon draußen. Werde ich dann auch irgendwann mal, sobald ich die Kohle hab, mir holen, anzocken und, äh, wenn dann bestimmt auch mal einen Stream zu machen. Ja, ich sag doch, ich werd da auch jetzt den nächsten Stream zu machen, Rock. So Metal Gear. Aber jetzt ist erstmal Mega Man angesagt. Durch diese verdammtende Phase. Und weg. Und wie könnte dann wieder einen Schlucken würd ich schon? mal weil die erste hatte dafür hast du dich irgendwie gerade mal so das scheint auch nicht zu dass das gefällt mir das ist gut ja 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 ja